Hallo, wir sind Jesse Mutz und wir haben jetzt die Woche zwei Auftritte mit der Laura und wir haben uns gedacht, wir machen dazu ein Aftermovie und wir fahren jetzt zum ersten hin. Ja und der erste wird der Star-Trip am Wolfgangsee sein und der zweite die Schlaganacht ins Himmel kam und die werden beide sicher richtig cool aufregen und wir freuen sich schon drauf. Genau und jetzt ein paar Eintricken. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hi, also wir haben den ersten Auftritt jetzt geschafft. Er war voll super und ein riesen Dank an alle. Ja und jetzt fahren wir zum zweiten und der wird sicher genauso super wie der erste und wir freuen uns schon. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 gefällt. Ja und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.